hallo ich habe ein paket bekommen nicht gesponsert das wäre lustig wenn es mal so was geben würde ja ich habe ein paket das öffne ich jetzt gemeinsam mit euch das habe ich nein ein steam link ich weiß nicht was drin ist ich packe es einfach aus um euch zu zeigen wie ich ein geiles pack da muss man erst diese lasche weg machen dann hat man dieses wunderschöne objekt der freude dann eröffnet man das hier so und dann hey es ist ein steam guck mal hier oben ist sogar das steam symbol es ist es ist wunderschön ich muss das irgendwie anders ist die für ein 5er ergattert hier ist noch noch mehr action zu sehen zum beispiel wenn man diese lasche hier aufmacht dann hat man hier noch mehr davon und wenn man das hier noch weiter wenn man das hier weiter oh da ist er noch weiter oh geil das paket habe ich schon nicht gesehen also was da drin ist das muss ich sogar auf die griechen den scheißes auf wo ist mein messer ja mann jetzt bin ich mir komplett um vorbereitet ja guck mal hier ja und jetzt rat ich das einfach so rat ich das ist einfach so das ist ein zähnstück ich kann euch nicht empfehlen das gibt eine negative bewertung auf amazon dicker hatte los mit dir oh ja das nennt man eine eine ich weiß gar nicht mehr wie man das nennt ratscht das einfach mal hier so auf nicht dass ich mich hier verletzen oder so das war eigentlich schon so jetzt habe ich es aber auch jetzt kann ich das einmal abwumeln kann ich das kommen was ist denn hier was ist denn los mit dir mein jung ich raste aus jetzt habe ich hier oh man da so ich habe eine auswahl an steckern bekommen das finde ich sehr schön ich habe so einen stecker vielleicht sollte ich in mein mikrofon reinsprechen weil diese tonaufnahme ist scheiße und die ist geil jetzt habe ich hier so ein stecker der ist für mich ganz gut geeignet da ich den eigentlich am besten gebrauchen kann und ich habe noch ganz viel gefahren ich habe gedacht das werden das ding ich muss das ganze scheiß ding 6 zusammen basteln aber nein ich wollte gerade sagen ein wlan kabel aber ich habe sogar ein kabel fürs internet pure luxus ja gut was kann ich dazu sagen ten of the ten ein paar verpackungen finde ich gerade für ein fünfer internetkabel bekommen kosten nachher eigentlich wenn man das on media kauft mehr als ein fünfer bloß die ganzen stecker ab doch da kann man mal gut ach egal so danke fürs reinschauen pick openings werden in zukunft öfters mal kommen jetzt habe ich von der kamera verrutscht wow ich brauche nicht mal ich brauche nicht ich brauche nicht mal einen kameramann ich mache das selber gibt einen daumen nach oben falls es euch gefallen hat gibt einen daumen nach oben falls es euch nicht gefallen hat denn somit sehe ich damit sehe ich tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020